Ich hab das Zucht aus dem Blut. Zehn Jahre im Steinbruch, da meißelt sich jeder Schlag mit der Spitzhacke ins Hirn. Jeder Tropfen Schweiß brennt für ewig auf der Haut. Brennt und brennt und das Gefühl der Wache wird größer und größer. Zehn Jahre lang, zehn unendliche Jahre und ihr Wache wartet darauf freigelassen zu werden. Jetzt ist sie frei und hat zum ersten Mal zugeschlagen. Jim ist tot und seine Brüder werden wie er sterben. Ist das Gesetz erlaubt oder nicht? Ich werde meine Rechnung nach zehn Jahren präsentieren. Und diese Rechnung kassieren. Ich habe im Steinbruch genau buchgeführt. Was? Jetzt kommt es nur noch die Bilanz. Das ist das Gesetz. Also geht's. Hier ist der Worte. Ich denke, er hat eine Gunde. Und diese Rechnung kassieren. Ich habe im Steinbuch genau Buch geführt. Was? Jetzt kommt es nur noch die Bilanz. Bilanz für jeden Monat meines Lebens, den ich bei mir abgebucht habe. Ich brauche nicht. Du bist auf der Seite der Verordnung. Wir? Wir sind auf der Seite der Verordnung. Zurück auf der Höhe! Nein, nein, ich habe dich nicht verraten. Ich war es nicht. Glaub mir. Ich habe dich nicht reingelegt. Nein. Schade, ist keiner mehr übrig geblieben. Es ist kein Gold. Ich erwarte Angst. Ich werde dich nicht verraten. Wepp, du bist eine gute Zielscheibe! Hogan, vergiss es, ich bin aufbewaffnet! Davon träumst du, du Hure, Wepp! Verdammter, elender Schakal! Du und diese Hure! Sie hat dich auf meine Fährte gesetzt! Sie wird dich auch betrügen, vielleicht ist sie schon mit dem ganzen Wolf weg! Wer bist du in Wirklichkeit, ihr Geliebter? Oder ein Sheriff! Parker! Parker! Komm raus, Parker! Ich werde dich erledigen, wie die anderen auch! Ich habe geschworen, es gibt keinen Parker mehr auf dieser Erde! Komm endlich raus! Komm endlich raus! Wie war das ich, das ich gestern war? Gestern ohne Zwiespalt, gestern, ehe die Stunde der Entschutzung kam! Werden Sie je diesen Groll hier im Herzen erkennen? Was ist das Gesetz erlaubt oder nicht? Ich werde meine Rechnung nach zehn Jahren präsentieren! Und diese Rechnung kassieren! Ich habe im Steinbuch genau Buch geführt! Was? Jetzt kommt es nur noch die Bilanz! Werden Sie je diesen Groll hier im Herzen erkennen? Ich bin glänz! Ich bin glänz! Ich bin glänz!